Nach dem Blumenkuchenfall gab's den anderen Kerball. Der Schulze rief voll Schreck, Kinder, meine Frau ist weg. Und nun suchten alle Mann und im Garten war sie dann, wo sie heimlich ungeniert mit dem Kellner umkussiert. Der Schulzefrau nahm ne Latte von dem Zaun und hat damit den Schulze und auch die Frau verhauen und alle Hochzeitsgäste.